Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. So, wir sind jetzt beim Diner angekommen, wo wir uns mit Chloe treffen wollen. Ah, sie hat uns geschrieben. Äh, spät dran, schnapp dir den Tisch im Diner, Mama füttert dich. Das hoffe ich, vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Ach, ich find das schön, die Texte zwischen den beiden. Das ist echt herrlich. Beste Freunde. Ui, Hund. Oh, ist das das Wohnmobil, das vorhin in der ersten Episode... Ja, genau, das ist genau das gleiche, das auch auf dem Schulgelände stand, wo wir diese nette Schrift hinterlassen haben. Hm, leider Gottes. Und wie es aussieht, um die Ecke scheint sich der Besitzer zu befinden. Oder? Ja, da ist er. Tolle, faule Sau. Ja, ich frage mich wirklich, ob dieser Kerl irgendwann noch eine Relevanz haben wird mit seinem Hund. Das könnte irgendwann sein, dass der noch wichtig wird. Er ist in der ersten und jetzt in dieser Episode aufgetaucht. Kann das sein, dass er quasi in jedem, in jeder Episode vorkommt? Und man ihn theoretisch in jeder Episode vorfinden könnte? Schau an all diese Flieger. Es ist so schade, dass niemand sie lesen wird. Er sieht aus, wie ein Bild des klassischen Arcadia Bay Krusty-Fishermen. Sie haben sich gut gehalten, ihr eigenes Boot. Na super, die reichen Pinkel machen natürlich alles kaputt. Die Klauen aus unseren Topf! Die Prescotts haben viel Macht. Sie können die Stadt Prescot Bay rennen, wenn das Ihnen viel sagt. Hm. Denen gehört meine Schule, kennen Sie sie? Ja, das ist die interessantere Frage. Do good for my work and kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Oh man ey, die reichen Pinkel machen die Stadt also auf mehrere Arten und Weisen kaputt. Hallöchen Schild. Oh. Und von hier aus können wir sogar ein Foto von machen. Da müssen wir uns scheinbar richtig positionieren für. Hm. Komisch, dass wir das Schild nur aus dieser Perspektive aufnehmen können, aber gut. Warum nicht, ne? Das Schild erinnert mich an so viele Mal, ich habe hier mit Chloe und meiner Familie gegessen. Und wir waren glücklich. Was ist denn heute auf der Tageskarte? Yes, wir sind offen. Bacon und Eier. Nur 5,95 Euro. Old Fashioned Service. Hm. Lecker. Ein bisschen Bacon und Eier. Och, was für ein schönes Frühstück. Ich wundere, ob sie das Schnee erklären. Schnee? Well, das ist ein guter Start zu der Geschichte. Wetter Service baffelt by Schnee. Wetterdienst vom Schnee überrumpelt. In einem seltenen Eingeständnis hat der Nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen und kurzzeitigen Schneefall diese Woche in Arcadia Bay, Oregon gibt. Naja, okay. Sie haben es zum Thema gemacht, aber haben keinen blassen Schimmer. Sir? Können Sie das glauben, dass die Stadt der Welt auf Feuer ist und unsere große Headline ist Schnee. Ich kann gar nicht warten, bis nächste Woche die große Geschichte. Clouds! Der Schnee war komisch, ja. Der Schnee war ziemlich wunderschön. Es war gerade im Mittelpunkt eines warmes, sonnigen Tag. Oh, global warming bullshit. Es ist das Nordwest. Schnee passiert. Ich lese immer, wie Arcadia Bay großartig ist. Das Papier kann nur darüber sprechen, oder über die gebliebenen Mädchen. Rachel Amber? Du meinst Rachel Amber? Ich glaube. Ich glaube, sie fuhr, weil sie Angst hat. Wer wäre hier? Hm, ich glaube nicht. Entschuldigung, ich muss mein Horoskop lesen. Ah, ich weiß nicht. Uh, wen haben wir denn da hinten? Einen Obdachlosen. Ne, eine Obdachlosee. Das ist eine Dame. Nichts gegen dich, aber seit, ähm, The Walking Dead Episode, äh, Staffel 1. Episode 2, also von den Telltale-Spielen, bin ich so ein kleines bisschen vorsichtig um, äh, Frauen mit solch einem Akzent. Ich weiß, es ist voll rassistisch und so, bla, aber, äh, aus irgendeinem Grund jagt es mir jetzt einen leichten Schau über den Rücken, wenn ich so einen Akzent höre. Ha, okay, Arcadia Bay. Wie lange hast du in Arcadia Bay? Ein tausend Jahre. Ich habe durch die gleichen Veränderungen wie die Stadt. Mhm. Was ändert in der Stadt? Eine, die es dauert ein Leben lang, um zu sehen. Es gibt viel Schönheit hier, aber viel Schmerz, auch. Gehätschernos, die in der Stadt verhörten die Stadt, die Leute aus der Arbeit, aus der Haus, wie ich. Ich bin sorry, hast du nie gesehen, außerhalb von hier leben? Wo bin ich denn? Ich liebe die Sonne und liebe die Mist. Ich bin vielleicht nicht in der Stadt, aber Arcadia Bay ist immer mein Haus. Hm. Okay, David Madsen, Chloe. His name is David Madsen. Um, er hat mir gesagt, dass ich eine Arbeit bekommen habe. Ich weiß nicht mehr, Mann. Ich weiß nicht mehr, was er sieht in ihm, aber er ist besser zu behandeln. Ich glaube, ihr habt ein Blut auf der Prescott. Die ganze Familie ist ein Blut. Sie haben einmal gemacht Dinge für Alcadia Bay gemacht. Die Tage sind tot, wie alles im Weg. Ich weiß jemanden, der sich beschädigt von Prescott. Dann bleibst du ihre Schuhe, weil nichts in der Familie kommt. Besonders nicht das Gesetz. Sie haben deine Schule, Blackwell, fast. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Ich will nicht davon gehen. Ich will nicht diesen Weg gehen. Mann, das Schmiedsfehl und der Geräusch von Schlagzeugen macht mich wieder 13. Hast du heute einen großen Fischer? Wenn du einen großen Fischer betrachtest, dann sicher. Ich habe heute viele große Fischer gefangen. Jetzt lass mich über meine Ecke sterben. Hallo zu dir! So ein schöner Tag, eh? Oh ja, es wird ein super Tag sein. Enjoy your breakfast, eh? Eh? Ich werde es sicher machen, eh? Oh Mann, ich warte, das ist das gleiche Fischer, als ich letztens hier war. Dieser Mann hat sehr große Koronien. Zu sehen mit Kapitän Costant. Heuern sie den legendären Seemann für ihre eigene Seereise an. Ich wollte schon Schneereise sagen. Jack Costant und seine Unterwasserwelten. Sie haben ihn im Fernsehen gesehen. Sie haben ihn über ihn in der Zeitung gelesen. Ein ortsansässiger Kapitän, Fischer und Fachmann mit 30 Jahren Erfahrung nimmt ihre Gruppe mit auf eine dreistündige Tour durch das üppige und exotische Wasserreich von Arcadia Bay. Jack wird nicht nur die Wichtigkeit unseres Meereslebens für das Ökosystem erklären, sondern ihnen auch helfen, ihren eigenen Fisch zu fangen und zuzubereiten. Tägliche und wöchentliche Exkursionspreise. 75 bis 125 Dollar. Für weitere Details besuchen Sie bitte unsere Website. Seekostantfisch.gu Hört sich doch nicht schlecht an. Warum klingt das nicht so lustig? Ich kann Chloe das mit mir ausprobieren. Versuchen Sie die wilden Wälder Arcadia Base mit dem angesehenen Kryptozoologen Chuck Pierce Jr., Autor von Bigfoot Mythos oder Wissenschaft und Bigfoot Monster oder Tier, Sprecher im Dokumentarfilm Bigfoot Ich Glaube an dich. Schließen Sie sich jeden Samstag und Sonntag Chuck für eine halbtägige Wanderung zu den Orten an, an denen eine Sichtung des Bigfoot am wahrscheinlichsten ist. Achso, das sollte keine Frage sein, sondern ein Befehl. Chuck teilt sein weitläufiges Wissen von Erzählungen, Legenden und Fakten und sie werden am Ende des Tages einen Fußabdruck des Bigfoot mit nach Hause nehmen, der in einem Gebiet erstellt wurde, das nur Chuck Pierce Jr. kennt. Für weitere Informationen und genaue Zeitangaben kontaktieren Sie bitte Sasquatchlivesatwildtrex.gu Ja, wäre geil, wenn das mal in der Schulbeschreibung stehen würde im Internet. Kate Marsh, love you long time. Flush before pissing on floor. Das Graffiti ist hier für immer. Aber ist ein nettes Graffiti. Ich mag das. Gross. Rachel A. owes mir einen BJ. Wow. So does your mom. Wow. Gibt es irgendwelche Grenzen hier in der Stadt? Ich glaube nicht. Uh, Firewall. Warte mal, Firewalk mit mir? Okay. Hm, interessant. Was haben wir hier? Arcadia Gay Saxtec. So. What do you want? I feel like shit. Too much beer. So spare me, please. Just let me suffer quietly. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Äh, hungrig. Just hungry and thinking about what to eat. Oh, that is a real problem at the, uh, Two Whales. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. Hm. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just her, she even just got busted with pot in her room. Uh, that's not good. Anyway, hm, that bacon sure smells good. Is she a friend of yours? Yes. I know her. Then you know she's a handful. No, I think she's just had some bad luck. You have to create your own good luck. I think Chloe would rather destroy. But I'm just a cop. Not a psychologist, so... Good. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our... Our mother. Oh. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Er hat einen Ruf, ja. He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you to be certain, is to stay away from an RV. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Why is policy? The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. Fair point. Uh, hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. I don't care for your tone. You sound like Joyce. Oh, then... Bossy and smartass. Like you. I think Joyce and I will be good friends. Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for three years and Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls. That's why I worship her every moon. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. Und immer noch Daumen runter drauf gibt. Ja. Genau wie so'n Typ siehst du aus. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut glass and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? Das mach ich doch nicht die ganze Zeit, aber... I guess. I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxter. Of course I'm baked. So I'll laugh at anything. Thanks. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School? Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Tja, der scheint ja relativ gechillt darüber zu sein. Interessant. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Yeah. Yeah. I saw you coming out of Dana's room. Yeah. And I finally had to tell Justin because, well, he was in there too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Tja, entweder hast du ihn in einem sehr bekifften Zustand erwischt und Glück gehabt oder der Kerl lässt sich davon äußerlich nichts anmerken und in Wirklichkeit ist er scheiße sauer. Drool. Ich will alles. Sieht geil aus. Auch wenn die Texturen besser aussehen könnten und ein bisschen schmackhafter, aber ich würde es trotzdem essen. Ah, da scheint unser Platz zu sein. Okay. Okay. Our family never went well watching. Looks fun. Ich bekomme dich, Babe. Wie apropos. Aber keinen Weg. Können wir die Musik wechseln? Banjo-Stück oder Gitarren-Stück? Ich nehme Gitarre. Nice. So eine richtige Countrymusik. Äh, Two Whales deiner Angler-Auszeichnung. Gewinner jeden Monat. Weißer Stör gefangen von Dick Webber. Stahlkopfforelle gefangen von Andy Berry. Königslachs gefangen von Rich Conrad. Hm. Scheint ein spaßiges Diner zu sein. Ich frag mich, wann dieser Anglerwettbewerb wieder stattfinden wird. So, wir haben alles erkundet. Dann setzen wir uns jetzt hin und warten auf Chloe. Und da ist sie. Eine liebliche junge Frau. Wie geht's dir, Max? Hi, Joyce. Schön, dass du wiedersehen kannst. Du sahst das gleiche. Hm. Wie ich noch eine wunderschöne von zwei Whalen, nach all diesen Jahren. Nein, wie du noch wunderschön bist. Oh. Oh. Hm. Hm. Äh, das war nicht meine Introduktion zu ihm. Oh, ich will ihr von den Kameras erzählen. Oh, ich will ihr von den Kameras erzählen. Es ist mein Karma. Du hast das richtig gemacht. Du hast mit deinem Leben. Du hast mit deinem Leben. Ich habe das, nach William an. Und Chloe... Chloe chose zu bleiben. Anyway, ich hoffe, wir sehen uns noch mehr von dir. Chloe braucht ein altes Freund wieder. Joyce, ich bin so sorry über William. Ich habe großartige Erinnerungen von ihm. Ich bin glücklich, Max. Das war sein Gift für uns. Wunderschöne Erinnerungen. Auch wenn Chloe noch nicht versteht. Chloe versteht's. Chloe hat sich verändert. Chloe versteht's. Chloe versteht's. Sie braucht nur... Zeit. Ich weiß, das ist für dich. Oh, sie hat all die Phasen. Expulsion. Runnin' away. Drugs. Bad Boys. Tattoos. Piercons. Bleue Haare. Jetzt hat sie gegen ihren Vater. Ich sehe, warum ich meine... Warum? Was hat Chloe dir gesagt? Auch von erfahren. Und vielleicht... Fängt sie dann an, etwas vorsichtiger ihm gegenüber zu sein. Und... Mal ein paar Sachen zu hinterfragen. Chloe textet mir, dass David sie gestern schlagt hat. Er fühlt sich verrückt. Und er wird verpflichtet. Oh. Aber Chloe schlägt David. Und es ist nicht fair. Er hat seine Schulden in einer Krieg. Er hat eine Scheißart, das zu zeigen. Kein Grund, sie zu schlagen. Ich verstehe. Er sorgt sich um Kate Marsh. Äh... Das sah nicht so aus, als ob er sich um Kate sorgen würde. Äh... Ich würde... Entweder Dreieck oder Kreis. Verdammt. Ja komm, wir haben genug über Chloe geredet. Jetzt bringen wir auch mal... Sein anderes Verhalten hier rein. David hat sie erwähnt. Aber... Ich stehe aus seinem Geschäft. Ich will Blackwell nicht kontrollieren. Und er will nicht in der Diner. Du weißt? Ich sah ihn mit Kate arbeiteten. Ich dachte, du wirst wissen, warum. Schön, Nancy Drew. Aber neben dir gibt es nur ein Studenten. Ich bin überrascht. Und sie ist nicht mehr in der Schule. Also... Jetzt gehen wir zum Nitty Gritty. Was willst du essen? Hmm... Bacon-Omelette oder belgische Waffel? Ohhhh... Don't make me choose! Ach komm, das Bacon-Omelette ist heute im Angebot, wie es aussieht. Ich nehme das. Ich träumte über dein Bacon-Omelette. Jetzt finisch deinen Kaffee. Hmm... Ich kann Kaffee immer noch nicht ausstehen, aber... Sollen... Ich halte nicht andere Leute davon ab, ihn zu genießen. Was haben wir denn hier? Graffiti. Nerd-Graffiti. Ich liebe die leute Antisipation des Frühstückes. Hmm... Oh ja, schwarzer Kaffee. Du wirst mir sein. Das einzige, was auf dem Menü verändert hat, sind die Preise. Alles teurer geworden, ne? Ja, okay. Wir müssen uns jetzt nicht die ganze Speisekarte durchlesen. Oh ja, aus dem Fenster können wir auch noch gucken. Das Lichthaus sieht so mysteriös. Ich wünsche, dass ich in diesem Moment für immer bleiben könnte. Ich glaube, dass ich jetzt eigentlich kann. Ja, das stimmt. Aber dann wäre es kein Moment. Das ist auch wahr. Gut gesagt, Max. Dann trinken wir mal noch einen Schluck. Das ist wie die 4. Dimension. Oh! Oh, ey! Das wollte ich nicht überspringen. Ich kann trotzdem nicht glauben, dass du eine Frau bist. Wenn ich an die Bilder von Chloe schaue... Ah! Hm, ja, wie die Zeit vergeht. Oh! Da kommt sie. Mom und Max, wieder einmal. Abklatschen. So. Hm. Hm. Autsch. You guys are still the same. Another reason to blow this town. Hm. What is this shit on the jukebox? Now that that's out of the way. Let's talk about your super power. I don't have any explanation. And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start up. Right here. Now. Hm. I can tell you every single thing you have in your pocket. You have x-ray vision dude? I don't even know what's in my pocket. Let me see. Okay, Max. Impress me. Eine Tube Glitter, Schlüsse, Kaugummi. Ähm. Mam, 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 mam. Okay, also wird das jetzt wieder Trial and Error sein, oder wie? Deine Fahrzeuge. Duh, way too easy. I need details. Describe my kitchen. Okay. Rasierklinge, Schädel, Kugel. Ach, haben wir das jemals mal gesehen? Ich glaube, zu ihr würde Schädel passen. Eine Skull-Keychain für einen Punk wie du? Das war so... falsch, Max. Okay, psychische Frau. Let me show you, was in meinen pocket ist. Das war beyond epic fail. Du hast mir sogar gemacht, dass ich dich glauben will. Okay, Max. Studie jedes Etem carefully und nicht vergessen. Mhm. Also, wir haben ein... Keine Ahnung. Ein... Mutanten-Panda mit einem Herzsymbol. Als Schlüsselanhänger. Zigaretten, natürlich. Und ein bisschen Kleingeld. Kleingeld! Okay. Oh. Dies ist eine Verwarnung. Ort. S.O. Franklin... Äh... Datum... Nananana. Ihr Fahrzeug ist in einem Sperrgebiet geparkt, außerhalb des gekennzeichneten Parkbereichs. Sie stellen ein Hindernis für den Verkehr oder Fußgänger dar. Parken Sie nicht wieder in diesem Bereich. Äh... Alles klar. So, jetzt sind wir in der Lage... Ja. 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 Oh ja. So, alles klar. Das werden wir allerdings erst im nächsten Part machen. Von daher. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, du hast eine fotografische Erinnerung. Ich verstehe es. Hä? Ja, ich verstehe es. Ja. Und wir werden... Soll es ein Bild von Nathan sein? Und wir werden im nächsten Part dann auf jeden Fall dir Chloe beweisen, was wir drauf haben. Äh, genau. Ziel, Chloes Sachen merken, zurückspulen und sie beschreiben. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao!